Mach mal der Tast und drück den X Hä? Was hilft das? Keine Ahnung was das bringt Ich glaub du kannst hier wegsprungen und dann kannst du von hier aus so schießen Tja 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 Ich kann eine Granate werfen Ja weil du die grad equippt hast, wie sieht das denn aus, ey? Wie kannst du denn... Ach guck mal du, oh, guck mal was du machen kannst Du kannst dich auf dem Boden wegrollen So ey und ausweichen wenn du einmal da drin bist Und dann kannst du so zulaufen Ich erledige dich Wie kann ich denn wegrollen? Ach du scheiße Oh man ey Ich komme Vorwärts Chris Chris wurde was zu trinken weggenommen Wiwiwiwiwiwiwi Wonigend die Tür ist zu Wir kommen nicht raus Ich hab's gleich, einen Augenblick Welche Feinde Ich bin schon auf dem Boden. Ja. Ich sehe noch gar keinen. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Ach, du liegst auf dem Boden. Ich hab schon gesucht. Wo ist er hinten? Ja, hier. Was soll das? Extrem gut gesichert. Junge, es passiert ja gar nichts. Hinter uns? Ja, nee. Also bei denen. Wie längst da der Kopf manchmal abfällt. Ich halte fast. Warten Sie. Hm, ist der Drop? Sie ist offen. Faster, los! Mach einfach die Tür zu. Yo, und lass die Hälfte wieder rein. Oh, Quickdarm hab ich. Ja, Quickdarm event. Ja, ich musste die währenddessen erledigen. Ich nehme lieber mein Messer raus. Hä? Was war das denn? Wieso kann ich da in Deckung gehen? Kann ich den Schlüssel hier nicht nehmen? Ich wusste. Guck mal, man kann sogar hinter Sachen in Deckung gehen. Geil. Und dann kann man so richtig so... Guck mal hier. Wie sieht das denn aus? Guck dir das mal an. Dreh dich mal um. Wieso? Oder kann ich so auch noch stechen? Oh, Mann, ey, Alter. Dieses Spiel. Vier Euro, die sich gelohnt haben. Ja, definitiv. Vor allem, dass man wie dieses scheiß Leichen stolpert. Das regt mich jetzt schon. Das macht mich aggressiv. Ja, zumindest wenn du sprintest halt. Ich hab irgendwas gefunden hier. Was ist das? Kann ich das nicht einsammeln? Was ist das denn? Kann man das... Nee, ich würde ab... Warte mal. Ey, mit zwei kannst du dich ducken. Guck mal. Wuh, wuh, wuh. Aha. Ist das eingesammelt? Ja, einfach draufschießen. Schlangenabzeichen, okay. Warte, was ist das denn jetzt schon wieder? Hier könnte ich einfach nur Space drücken. Ich weiß eigentlich nicht, wofür. Ach, zum Untersuchung. Die Tür aufmachen. Munition, aha. Ich glaube, wir können mal weiter, ne? Ja, würde ich sagen. Wie kann man sich hinlegen, während man mit dem Messer arbeitet? Ich verstehe. Ey, Kika. Hat dir erst geschreit. Ich hab Schlüsselkarte gelesen, aber es ist Schlüsselkarte. Ey, wir haben gleichzeitig wieder draufgekommen. So ein Resident Evil 5-Style. Jetzt müssen wir zurück, oder? Ich vermute, ja. Oh. Ja, ohne Kontrakte gehen wir das natürlich nicht. Warum hab ich denn scheiß... Warum trete ich auf den Kackpo? Was brauch ich das denn? Wer braucht das halt? Ich konnte hier irgendwas leer-taste machen. Super, um da so schwul rüberzuspringen. Oh ja, genau. Zack, da. Wieso? Wie viele Messer hab ich, bitteschön? Ich hab grad einen Jungen hier in meinem Messer in den... Zack, so. Ich hab grad zu viel Damage gekriegt, glaub ich, durch die ganzen vorherigen Sachen. Vielen Dank. Wo ist das eigentlich die Lebenserzeige? Das war doch nicht ganz gecheckt. Äh. Regenere ich mich jetzt auch? Oder muss ich da für den Haltvertrank nehmen? Die Moves sind cool, das muss man schon sagen. Nein! Ah! Okay, ich tu das nicht. So, wie heil ich mich jetzt? Vorwärts! Junge, wo bist du? Ich hab' im Campus gerade, hinter dir. Ja, aber warum? Was suchst du da? Gegner zum Erledigen. Gangen wir zehn Headshots weiter. Und ich muss irgendwie immer noch die Möglichkeit finden, mich zu heilen. Ja, du kannst auch auf E kannst dich heilen. Ja, aber... Dann kannst du auch benutzen, oder? Man vermisst leere linker Maustaste drauf. Ne, Leertaste. Ja, dann kann ich's kombinieren mit anderen Zeug. Und ich kann's in das Schnellmenü holen, aber ich weiß grad nicht. Ah, mit eins. Oder, was hab ich jetzt überhaupt getan? Also doch, ich hab mich geheilt, glaub ich. Was ist eigentlich die Lebensanzeige? Das unten oder das obere, oder was? Das, 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 äh, äh, untere. Da, da hast du ja fünf Balken. Das mittlere. Unten ist ja Munition. Ja. Gut. Das war ja klar. Mann! Leon! Ja, warum ist mein Messer denn aus Eisen? Was machst du da? Schleifte ja. Die kommen da eh nicht durch. Meinst du? Ne. Ja, wenn du meinst. Ja, jetzt 9mm Munition gewesen. Wo? Hier, hinterm Tisch. Wo ich grad stehe. Hat dich schon eingesammelt. Was? Gepiepst du? Rigg mich auf. Schnell weiter. Die nächste rechts. Sie sind fast da. Laufen sie. Du bist voll dein Nachkampf-Spezialist hier. Das kann man mal machen. Hab halt keine Schmutzhäte. Was geht mit denen ab? Was? Was? Wie konntest du dich schon da nicht verteidigen? Ja, zieh einfach die Gedärme raus. Wie guckt der denn ey? Hey, Leon! Hey, Leon! Was war das denn? Wieso wurde das so schnell erledigt? Auf einmal war es so, denkst du, Quicktime, ich mach's so gemütlich, ade. Zwei Sekunden später war ich tot. Was sind wir jetzt hier am schwarzen Bildschirm? Äh, du rennst grad gegen ne Wand, die geht's. Ah, da bin ich wieder. Gegen die Wand. So. Äh, was hat der jetzt alles zerstört? Die nächste rechts. Sie sind fast da. Laufen sie. Die Hälfteabzeige ist übrigens das oberste. Ja, das hab ich auch grad eben schon gesehen. Äh, das untere ist die Ausdauerleistung, wie oft du dich, glaub ich, verteidigen kannst oder sowas. Aber dieses kleine Penner von Arschloch aus unten liegt, ey. Ich hab keine Munition mehr. Ich glaub, wir hätten einfach weiterlaufen müssen. Dann muss jetzt Diorum, können wir ein Messerfight machen. Mist, kein Schlüssel. Mein Gott. Ähm, sicher? Ich suche ja. Jetzt muss ich den Schlüssel fangen. Nein, nichts. Toll. Kino sieht sowas immer viel einfacher aus. Wie soll ich den scheiß Scheibenwächer anmachen? Ah, ich hab weh. Da, der Schlüssel. Du kannst nur zugucken währenddessen. Ey, der liegt verkackt. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Was haben wir da für fetten Wettbewerbs verloren? Gibt es das Navi, ne? Angeschnallt? Hinter uns ist nichts. Festhalten. Die Gerüche einfach bleibt so. Festgeschnallt. Ah, anpassen. Ah, super. Fahren muss das aber nicht, ne? Junge, ich lenke hier alles. Nein, nein. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Nee. Yeah. Wo kommt der vor allem her? Yeah. Boah, geil. Dürfen wir noch weiterfahren? Das sieht nicht nachher aus. Tot. GZR alt. Mist. 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 Mist, Mist ausrufen, ne? Ich spiele dir erstmal deine Wagen. Mist. Wir müssen hier runter. Es geht schon. Schwer ist auch möglich. Wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Ja, ja. Es gibt ja noch einen unterirdischen Weg. Nö, ich kann sie wegwerfen. Toll. Los, angreifen. Du siehst auch... Ach, du sollst eigentlich voll hell? Ja, habe ich. Weil du dir so an der Bauch hältst, jetzt hättest du gerade irgendwie kein Leben mehr. Ich weiß es nicht.